Ja, die Jungs natürlich bei dem Wetter ist hier natürlich voll von, ne? Richtig. Die werden mittlerweile schon mal da geschnappelt. Ja, genau. Geil. So, was haben wir hier? 3 Stunden. Es ist auch sehr windig und auch sehr schön warm, sehr sonnig. Wir haben so viel Kalorien verbrannt, jetzt müssen wir es wissen. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? So, was haben wir hier?